Valgulyasana ist die Fledermausstellung. Valguli ist die Fledermaus. Nimm den Lotussitz ein und dann gib die Arme unter die zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurch. Dann fasse mit den Händen entweder hinter den Nacken oder die Hände unter das Kinn. Wenn es dir gelingt, die Hände zu falten hinter den Nacken, dann gib sogar das Kinn zum Brustkorb hin. Das ist dann die volle Stellung von Valgulyasana, die Fledermausstellung.